Oh Scheiße! Oh Scheiße! Das war krass! Das sind die einzigen Fahrten die passen. Kannst du bei dir die Ringe mit anmachen wenn du das normale Licht an hast? Bitte? Die roten Ringe? Kannst du die anmachen wenn das normale Licht an ist? Die sieht man gar nicht! Die sieht man so gar nicht! Ja! Das sieht doch geil aus! Ja ne? Ich hab mein Handy gar nicht mit! Wann? Ich hab mein Handy nicht mit! Oh da kommt jetzt hinten noch jemand mit dem Quad! Sieht schon gut aus! Ja voll mit den LEDs vorne drin! Ich hab mein Handy schon gut aus! Ja voll schon gut aus! Ja voll, ich hab's! Das ist nicht so gut aus! Ja, das war so! wie schaffst du es denn auf den hüten nicht mehr zu fahren? sauber. hier war rückwärts oder? komm ich nicht mehr. nee? nee warte mal. nee lass warte, ziemlich. du bist ja einer. einmal hochgewacken doch. ich glaube du bist nach hier hin. ja, mach mal rückwärts rückwärts mal locker bremse hier kannst du gehen da musst du ein bisschen zurückfahren und da nochmal ziehen ja oder nach hinten ziehen ja oh, falsche Richtung ach, geh ab warte, warte, warte zieh da ist noch kein Hügel so trunken hier ja nein was ist denn hier ja 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 ich glaube, du musst mal absitzen zieh mal ja ja bitte geh doch ja 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 ne 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 ja 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 Oh. Ich glaube, wir werden zu feulen für so eine Scheiße. Ja? Ich glaube, wir werden zu feulen. Nein, du bist da. Ja, das ist schon wieder. Hey, da filmst du mich. Ich hab grad voll direkt gepfressen. oh danke oh hey bist du doch wohl ha ich möchte nicht deine Lichter haben was ist das denn hey dumme oh 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 ah oh 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 alles gut alles gut ich krieg die nicht gedreht das ist so schwer das ist so schwer oh ja ja alter da lagst du drunter ja sicher doch alles gut in ordner mit dir ja super sicher ja sicher doch scheiße ich hab ihn nur nicht alleine umgekippt gekriegt bist du da runtergerollt oder was nee ich bin zu viel gas gehabt stehe hab mich noch rechts gelegen da bringt nichts mehr alter alter wo sind die alle hin und dann sehe ich da vorne ein Lichter da ist bestimmt was passiert und dann liegst du da so drunter und ich so was ist hier passiert ja alles gut Gott sei Dank aber nichts ernstes passiert nichts geklemmt obwohl ich drunter lag nichts eingeklemmt also rechts auf 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 auf